Das ist Max. Als gelernter Industriemechaniker möchte er jetzt Karriere machen. Ein Studium wäre da genau das Richtige für ihn, aber dafür seinen Job aufzugeben, kommt für ihn nicht in Frage. Ähnlich geht es Lisa. Sie ist gelernte Kfz-Mechatronikerin, kümmert sich alltags jedoch um ihre Familie. Auch sie würde gerne studieren, aber geht das? Ja, denn an der Hochschule Osnabrück können die beiden jetzt Ingenieurwesen Maschinenbau berufsbegleitend studieren. Vorlesungen am Freitagnachmittag und samstags sowie Unterstützungsangebote führen Sie sicher zum Erfolg, mit und ohne Abitur. Bewirb auch du dich für Ingflex, das berufsbegleitende Studium zum Bachelor of Engineering an der Hochschule Osnabrück.